Ich kann dir leider nicht sagen, die Kamera ist dann irgendwo noch kaputt. Oh, der rausgesprungen ist aus dem Fenster! Nein, oh mein Gott! Lass mich. So, ich habe nie. Er spielt sich nicht mehr mit dem Metallsektor. Etwas habe ich. Also. Das wird schon verdächtig hier, der... Ich habe dich jetzt erschrocken. Laut Discord bist du dann auch eine Stunde gebannt von einem Server, wenn es gekickt wird. Ernsthaft? Seit wann das? Ich schaue... Ich schaue... Bombefahrts und Reut. ...durch die Dings. Gibt es dann wenigstens eine Server-Option, dass man das ausstellen kann? Nein. Ach Gott. Alter, das sind schon wieder Features, die keiner Mensch braucht. Wie heißt das, Alter? Irgendwer hat mir... ...was gestohlen. Ach! Deine Fähigkeit, dich zu verwandeln. Mr. Spy. Ja. Ich stehe da so, warum kann ich bei dem NPC auf einmal Steal Money drücken? Hehehe. Hehehe. Ich bin da so, wo du da machst. Iner Ich bin da so, wie einfach ist das Geld. Aber steht da doch seit wann das so ist, weil das war ja vorher nicht so. Nein, ich bin falsch getroffen. Jetzt bin ich wieder drauf, also die eine Stunde zählt anscheinend doch nicht so wirklich. Perfekt, Juli hat gerade den Falschen erschossen, also kannst du jetzt gleich mit Röhrer spielen, wurdest du eh da reingeschickt. Wow. A-so-zial. Nur weil mein Aiming so scheiße ist. Er ist jetzt oben bei den Juwelen. Er war oben bei den Juwelen. Er ist oben bei den Juwelen. Er ist oben bei den Juwelen. Er ist oben bei den Juwelen. Ja, genau. Der. Nice. Ich bin auf der Scheiß mit dem Feuer. So bin ich. Alter, wie viel Feuer habt ihr gelegt? Ja. Alles. Löw. Die Mini-Volt wird drehen. Nicht mehr. Der Sound macht es aus der Volt oben. Ich hab' dir leider nicht sagen, ich hab' was, dann nimm' wir noch kaputt. Ah, der hat rausgesprungen aus dem Fenster! Nein, oh mein Gott! Ah, das ist so ein Arsch! Eni, du brauchst noch 6k. 42 liegen am Boden. Yes. Und hinter dir... Äh, passt. Kannst nachher einsammeln. Du solltest das jetzt nicht abgeben. Um, um... Also, er ist respawn. Oh, mein Gott! Ja, es gibt drei Doppeln. 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 Jetzt ist gleich auch Vorsicht. Ja. Ach, schick, da ist nochmal 5 Minuten nicht da. Nicht mal 5 Minuten. Ist, äh, ist der Doktor hier irgendwie? Ja, anwesend. Ist vorbereitet. Alles klar. Die haben einen Sheriff? Ja! Die haben ne Fat Agent... Ne, Quatsch. Ne, 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 ne... Detektiv. Spurenleser. Okay. Was kommt der? Das ist ungut. Spurenlesen. Spurenlesen lässt sich. Da kann seine Fußabdrücke verfolgen. Ja. Fuck. Aber die bleiben nur ne gewisse Zeit lang da. Ja, aber es ist schon verdammt stark. Ja. Da darfst du nicht hin. Money. Den Screen sollte man umdrehen. Nein. Nein. Money. Okay. Bauer ist ein Pferd? Das ist meins. Nein. Aber dafür brauchst du ne besondere Maske um damit zu halten. Ja. Würdest du mich rollen? Absolut. Mal stehen. Ey, ich hab jetzt, glaub ich, zehnmal auf diese blöde Tusse der Steel Money gedrückt und jedesmal bei 99% drückt sie ein Stück weg, ey. Das hat dir eine lange Leitung bis zu teppert. So, wo kann ich jetzt Geld klauen überall? Überall wo Geld klauen. Ja, wo ist das? Bei Automaten knacken oder Jubilen stillen. Ja, was ist die Automaten? Was ist die Automaten? ATMs. Ah, Automaten. Ich hab Tomaten verstanden. Bei Automaten kannst du auch knacken, aber ob da Geld rauskommt. War man der Drohne? Bei der Seite. Weil, wenn nicht, würde es grad blöde. Nein, nein, alles gut. Alles klar. Nein. Wir haben Waffen, unfair. Wer hat Waffen? Ich hab'n das Silencer-Silence-Pistol. Achso, ja, ich auch. Haben wir irgendwie so einen Minigun rum? Ja, der ganze Minigun willst du haben. Kann jeden Polizist einfach so wegrattern? Es gibt einen Tommy-Gun, ja. Oh, was ist das? Ja, aber den musst du vom Mafia-Boss werben lassen. Hätte ich machen können, ja. Kannst du immer noch machen. Warum hast du 106.000? Weil ich 106.000 hab. Wie? Was hast du geklaut? Ein Haus? Ein Haus? Na, du kannst ja mehr und mehr aufnehmen. Du kannst ja nicht nur einen aufnehmen und dann gehen. Du kannst ja jetzt 10 Automaten knacken und dann 10 Mal das Geld aufnehmen. Ja. Ich hab' da oben die ganzen Juwellen ausgekrampt. Ja. Ich hab' da oben die ganzen Juwellen ausgekrampt. Ich hab' nur einen von euch da laufend sehen. Ich hab' nicht damit gerechnet, dass beide da laufen sind. Ich hab' nur einen von euch da laufend sehen. Ich hab' nicht damit gerechnet, dass beide da laufen sind. Ich hab' nicht mit dem neuen Denk' zu spür. Ich hab' nicht mit dem neuen Denk' zu spür. Das geht schon gleich. Ich hab' nicht mit dem 선nen Geigen. Okay. Der Hund ist weg. Ballert einer und dann kommt der Hund ist weg. Boah, nein. Das war echt ganz gut. Nein, meine Magen geht jetzt bitte gut. Doch mal das klarzustellen. Hier haben wir viel Feuer gerade. Vielleicht sollte mal jemand den Fireball anspielen. Doch du. Fuck off. Nein. Ich habe mir einfach zu den anderen noch hingestellt. Okay. 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 oder so. Ah, lag doch einen Anzug an. Haha. Geht einfach schießen soll, voneinander pickpocket. Mhm, mhm. Da hab ich ja eh nicht schießt. Ja, 50-50. 50-50 auf wen? Ja, einer ist runtergegangen. Boah. Da laufen noch so viele mit roter Krawatte rum. Ja. 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 Ich sehe ja, was er anhat. Du siehst, was er anhat? Ja. Weil das dein... Weil das dein Skill ist, ja? Genau, ja. Okay. Warum ist deine Kippkommel gestorben, ey? Warum?